Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Watcher of Realms. Ein neuer Champ kommt bald in dem Spiel und wie immer möchte ich mit euch über ihn drüber gehen und einfach meine Meinung, was ich denke, wie er sein könnte, meine Meinung zu den neuen Helden bilden. Und zwar geht es um den legendären Champion Kigiri. Er wird in einer 15-fach-Beschwörung sein, wird aber bei 250 Beschwörungen ist er garantiert. Also jeder kann ihn bekommen, von daher solltet ihr ein bisschen sparen, dass ihr definitiv auf 250 kommt, denn ich denke mal, so schlecht wird er nicht. Und zwar ist Kigiri ein Kämpfer von der Fraktion Wächter und Albtraum. Er hat Burst Damage und Parieren. Seine Angriffsreichweite ist hier ein Feld, ist jetzt nicht besonders groß, aber gut, ist halt auch nur ein Kämpfer. Ist ja bei vielen Kämpfern so. Aber ich denke, der hat es in sich und wie gesagt, wir gehen mal drüber. Er hat ein Talent. Er kann alle 40 Sekunden fegen nach Schlag. Das bedeutet, stürmt in die Zielrichtung, zieht ein Schwert und führt einen Hieb aus, der bis zu sechs Gegnern auf den Weg einmal 180% der AOE-Damage-Schuh fügt und fügt dann einen dieser Gegner einmal 480% Damage-Schuh. Beim Wirken immun gegen sämtlichen Damage alle 40 Sekunden auf den am weitesten entfernten Gegnern der Reichweite des ultimativen Skills loslassen. Jedes Mal, wenn Grundangriff Damage-Schuh gefügt wird, die Abklingzeit von Fegender Schlag um eine Sekunde verringert der AOE-Damage von Fegender Schlag und Klutschlag verursacht Blutung, der zusätzlich Damage ignoriert, 50% Verteidigung und entfernt einen Buff. Mega, mega krass. Was ist Klutschlag? Stürmt in die Zielrichtung, zieht ein Schwert und führt einen Hieb aus, der bis zu sechs Gegnern auf den Weg einmal 200% AOE-Damage-Schuh fügt und dann einen dieser Gegner zweimal 400% Damage. Beim Wirken immun gegen sämtlichen Damage. Das ist als Talent schon richtig, richtig knackig, von daher, weil auch Verteidigung ignoriert wird, finde ich es halt richtig krass und ein Buff auch entfernt wird. Mega, klingt erstmal sehr, sehr geil. Auch für Titanruinen vielleicht stelle ich mir den auch gar nicht so verkehrt vor, aber das muss man nachher prüfen, testen, weil wie gesagt, das ist jetzt einfach nur meine Vermutung. Und ja, gehen wir noch über den Grundangriff oder über die Angriffe an sich drüber. Grundangriff fügt ein Gegner einmal 100% Damage-Schuh, nichts Neues, 120 geskillt. Die Passive des Parierens während ruhige Reflexionen, dass die Ulti erhöht für zehn Sekunden den Angriff um 20%, von daher ist wieder, denke ich mal gut, dass er relativ viel Angriff hat. Man kann es noch erhöhen auf 30%, das ist wirklich krass, finde ich, klingt wirklich gut. Die zweite Passive, wenn fähender Schlag und Klutschlag enden, besteht eine Chance von 15%, sofort einen identischen Schlag in die entgegengesetzte Richtung auszuführen. Dieser Schlag kann diesen Effekt nicht erneut auslösen. Die Chance kann noch auf 25% erhöht werden. Dann gehen wir noch über die Ulti drüber. Die ruhige Reflexion steckt die Klinge in die Scheide und bereitet sich darauf vor, nach bis zu 8 Sekunden, ihr seht das hier jetzt, so wie so eine Aufladung, und dann, zack, einer tot, einen zusätzlichen empfegenden Schlag loszulassen. Beim Alleinen von Direkt Damage, während das Schwert in der Scheide steckt, wird der Damage pariert und der zusätzliche empfegende Schlag früher losgelassen. Wird das Parieren innerhalb von drei Sekunden nach Eintritt in diesen Zustand ausgelöst, wird stattdessen Klutschlag losgelassen. Während das Schwert in der Scheide steckt, kann kein Grundangriff eingesetzt werden. Boah, also das muss man echt testen, klingt aber auf jeden Fall richtig geil, wenn ihr seht, was ihr hier noch rausholen könnt. Einzelzieht Damage von Klutschlag plus 40, hier AOE Damage von Klutschlag plus 40, Einzelzieht Damage plus 40%, das ist schon nicht ohne. Ja, gehen wir erstmal über das Erwecken drüber, bevor wir dann über die einzelnen Stats nochmal drüber gehen. Beim ersten Mal Erwecken beim Ausführen eines Grundangriffes werden zusätzlich drei Wut und drei Prozent LP wiederhergestellt. Das finde ich wirklich gut, gerade mit der Wut hier, das beim ersten Mal Erwecken, sehr, sehr geil. Angriff plus 300 ist, denke ich, immer wichtig, wenn halt Attacken oder so auf Angriff basieren. Beim dritten Mal innerhalb von zehn Sekunden nach der Aktivierung von fehlender Schlag fügt jeder verursachte direkte Damage einmal zusätzlichen Damage in Höhe von 35%. Das Direkt Damage zu innerhalb von zehn Sekunden nach der Aktivierung von Klutschlag fügt jeder verursachte Direkt Damage zweimal zusätzlichen Damage zu, der jeweils 25% des Direkt Damage entspricht. Auch nicht schlecht, also 35% ist ja jetzt nicht wenig. Und 25% durch Dringung plus 8% und fehlender Schlag und Klutschlag, die während ruhiger Reflexion losgelassen werden, lösen immer Schwalbenkontor aus. Keine Ahnung, was Schwalbenkontor ist. Konnte ich nicht finden, weiß ich jetzt nicht. Aber okay, man muss auch fünfmal erweckt haben. Aber Schwalbenkontor sagt mir jetzt erstmal nichts. Konnte ich, wie gesagt, jetzt auch in keiner Attacke so richtig sehen. Etwa habe ich es überlesen, aber wie gesagt, habe ich jetzt nicht gefunden, was das bedeutet. Ja, gehen wir noch über die Helmendetails drüber. LP ist wirklich gut. Angriff, endlich mal ein Leggy, der auf Angriff basiert, der demzufolge dann auch einen super Angriff hat. Nehme ich von 665, mega, mega geil, beziehungsweise Max-Level 6470. Über 5000 sollte sein, wenn er auf Angriff basiert, meiner Meinung nach. Von daher finde ich das wirklich gut. Und ich finde auch, was man nicht unterschätzen soll, die Verteidigung finde ich auch nicht schlecht. Nicht bloß die LP, sondern auch die Verteidigung ist wirklich nicht verkehrt. Was ich noch geil finde, Kosten für 17 unter 20. Ein Leggy finde ich immer sehr, sehr gut. Block von 2 ist auch gut, nicht 1, sondern 2. Auch der Angriffsintervall 2,6 Sekunden finde ich wirklich noch akzeptabel. Ja, also ganz ehrlich, die Werte, die Stats stimmen meiner Meinung nach. So, erwecken war mal drüber. Was ist jetzt meine abschließende Meinung und was denke ich? Also ich denke ganz ehrlich, den sollte versuchen jeder mitzunehmen. Er klingt vom Schadenmachen her, ohne dass ich ihn getestet habe, richtig, richtig gut. Und ja, man muss sehen, also was mich jetzt hier so ein bisschen noch interessiert, ist die Sache, jetzt muss ich gucken, wo es stand, das hier bei der passiven war. Ja, oder bei der Ulti, jetzt muss ich mal gucken, irgendwo, genau, den Fegenden Schlag und führt einen Hieb aus, der bis zu 6 Gegner auf den Weg einmal 180% der OE damit schufügt. Bin ich mal gespannt, wie viel das jetzt ist, wie viel Schaden das ausmacht, weil sonst, muss man sehen, ist er vielleicht gedacht für einen Gegner, zum Beispiel Titanruinen, Drachen und so weiter. Aber man muss jetzt sehen, wenn natürlich das, was auf bis zu 6 oder bis zu 8 Gegnern geht, der fehlende Schlag hier, wenn das noch richtig viel Damage rüberkommt, macht es natürlich auch Sinn, den einen dann größeren Reichweite zu nutzen, wo halt viele Creeps auch sind. Aber das muss man wirklich testen, das kann ich jetzt so nicht sagen. Auf jeden Fall, gegen einen Gegner, den man vielleicht nicht so einfach normal tot bekommt, klingt der richtig, richtig geil. Also ganz ehrlich, da bin ich echt gespannt, habe richtig Bock drauf, den zu testen. Ich habe schon so viel jetzt gesammelt, dass ich mir den auf jeden Fall holen kann, von daher hole ich mir den auch. Ich werde ihn für euch testen und wie gesagt, kommt da nochmal ein Video, ein ausführliches, wo ich ihn dann in Aktion habe und euch vielleicht noch ein paar Tipps geben kann, wo ihr den einsetzt. Ja, wie immer eure Meinung ist gefragt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von den Champs haltet, findet ihr ihn auch so interessant wie ich und wie gesagt, bei 250 Splittern mit Diamanten ein bisschen vielleicht noch einsetzen, ist er ja garantiert. Von daher könnt ihr noch, wer jetzt ein bisschen was angespart hat, kann jetzt noch ein bisschen sparen. Von daher, ich vermute jetzt mal, dass es ja nächstes Wochenende kommt dann, auf den Samstag oder Freitag bis Sonntag, muss man sehen. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Bin gespannt, wie viele ihn bekommen, wie viele ihn sich holen können. Schafft ihr es? Müsst ihr reinpänen? Lasst mich das mal in den Kommentaren wissen. Auf jeden Fall würde ich ihn an eurer Stelle mitnehmen. Also er klingt wirklich seit langem mal wieder nach einem richtig, richtig guten Champ, der neu ins Spiel kommt. Bin ich echt gespannt. Ja, lasst mich das wie gesagt gerne in den Kommentaren wissen und schaut doch mal gerne in der Videobeschreibung bei meinen Partnern rein. Wer noch eine gesündere Alternative im Energy, Ice-T oder Hydration-Bereich sucht, ist bei Holy Energy richtig. Wer dazu noch einen passenden Shaker möchte, kann von Holy Energy sich einholen, kann aber auch bei meinem anderen Partner Ice-Twop vorbeischauen, die da auch Trinkflaschen und Shaker, Thermo-Shaker mit richtig geiler Qualität haben. Aktuell noch die 3 plus 2 Aktionen, mehr Infos gerne in der Videobeschreibung plus meinen Rabattcode Capodastana, wo ihr nochmal 10% spart, genauso wie bei Holy, ist aber alles in der Videobeschreibung verlinkt. Oder auch gerne meine Amazon-Effield-Links, wer da noch Interesse hat, mich da kostenlos zu supporten, gibt es einen Standard-Amazon-Link, den man bei jeder Amazon-Bestellung nutzen kann. Schaut da gerne mal rein, würde mich wirklich freuen. Und ansonsten, wie immer, wenn euch meine Videos gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Livestream. Euer Capo. Macht's gut. Ciao, ciao.